Yeah, jo hallo und willkommen hier auf diesem Kanal Inkev. Ehre, dass ihr so krass aktiv auf diesem Kanal seid. Wirklich liebe Getraus, ohne Scheiß. Falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, aber ich habe jetzt so Leuchttröhren da oben und das wertet nochmal diesen ganzen Inkev-Kanal auf. Das habe ich nur für Inkev geholt. Kein Ding, Jungs und Mädels und die wäre es. Schön, dass ihr da seid, schön, dass ihr eingeschaltet habt und ja, haut gern jetzt eine 58 in die Kommentare, wenn ihr bis hierher geschaut habt. Das ist nämlich sehr, sehr ehrenwert. Liebe Getraus, dass ihr immer so aktiv seid, ja. Wir gucken uns mal wieder was von Aline Bachmann an. Wer hätte das gedacht? Ah nee, das heißt Aline Bachmann. Ich wurde eines Besseren belehrt, sie heißt Aline Bachmann. Wird aber geschrieben Aline Bachmann. Da wünsche ich dir halt ein Video rauskauen, ja. Aline Bachmann macht einen großen Winterschlussverkauf. Alles muss raus. Dazu mache ich, by the way, oder habe ich schon ein Video gemacht, aber das Video, das kommt erst nächsten Montag online. Und dementsprechend, jalla, gib ihm, Bruder, gib ihm. Herzlich willkommen beim nettesten Manns-Longer-Welt. Und auch herzlich willkommen zu der täglichen Dosis Trash. Hier gibt es täglich noch Videos zu Trashigen-Themen. Und diesmal geht es mal wieder um unsere beste Freundin Aline Bachmann, die einen Winterschlussverkauf gerade macht. Es gibt bei ihr Rabatt auf alles außer Hundenahrung. So kann man das auch ganz deutlich sagen. Und das ist unfassbar. Also, by the way, nur mal so. Ich habe doch mal ein Video gemacht, wo ich aufgezeigt hatte, das war mein letztes Video zu Aline Bachmann. Da habe ich aufgezeigt, dass sie mit einer Fake-Shop-Seite Werbung gemacht hat. Und diese Fake-Shop-Seite wollte das eigentlich gar nicht mehr, weil die auch dann wussten, ja, Aline Bachmann, die macht halt viel Scheiße. Und sie hat Dinge von dieser Fake-Shop-Seite für echt verkauft und hat es angeboten für 100 Euro oder so. Obwohl das Fake-Produkte waren. Aline Bachmann, ein absoluter Engel. Ja, ein absoluter Engel. Das ist mir wirklich ein wahrer Augenschmaus. Dass ihr mir alles wieder zugeschickt habt. Und das möchte ich jetzt zum Thema machen und mit euch nochmal durchgehen. Das Weitere möchte ich nochmal auf den Punkt eingehen. Wenn ihr jetzt das Thema jetzt nicht so interessant findet, schaut gerne die anderen Videos auf meinen Kanälen an. Ich habe es sowohl auf meinem Hauptkanal, Geo-Furim, Luke Mockwitsch oder Sabina Duhitz kürzlich zum Thema gehabt. Oder halt auch hier auf diesem Kanal auch viele andere Themen außerhalb von Aline Bachmann oder auch dem Wendler. Ihr könnt mir gerne Sachen, ja, schicken, mir auch Vorschläge machen. Ich bin immer gerne dabei. Jetzt mal Real Talk, das hat mich schon das letzte Mal angesprochen. Ich glaube, da Vinci hat über 60 Videos zu Aline Bachmann gemacht. Also Respekt, wirklich. Also das ist wirklich absolut insane. Über 60 Videos einfach. Das ist so geistig krank. Ja, aber ja, analysiert das alles sehr gut. Wie gesagt, ich mache auch ein Video dazu, auch zu diesem Pferde-Thema. Also das wird sozusagen, dass mehrere Themen auf einmal mit drin. Weil ich wollte das jetzt nicht pro Thema ein Video und so. Das wird dann zu viel. Ich mache da mehrere Themen mit rein, weil das kannst du auch relativ kurz behandeln. Aber ja, ich finde es auf jeden Fall krass, wie viel immer noch zu ihr rauskommt. Und wie viele Skandale sie hat und was sie da schon wieder für Scheiße macht. Auch weitere Themen hier auch für euch zu machen als Video. Ich gebe mir große Mühe. Ich mache das hier alles komplett alleine. Also seht es mir nach, wenn vielleicht manches sich doppelt. Wie gesagt, ich bin vollkommen alleine hier mit meinem Kanal. Was? Hier steht einfach? Ah ne, aber ich habe gerade gelesen, ich liebe es und kein Make-up. Ich dachte schon, hä, wo ist denn hier kein Make-up drauf? Ich frage mich aber, wer Fans von... Also jetzt mal ganz ehrlich, ich habe mich das schon das letzte Mal gefragt. Aber wie kann man denn Fan sein oder sie supporten? Das ist so, das würde mich mal übel interessieren, welcher Mensch das macht. Wer sind die Menschen, die Aline Bachmann supporten? Das ist wirklich, ich möchte endlich mal eine Person sehen, die da so auf Real-Talk-Basis da ein Fan ist. Hier gibt es, es sieht toll aus, ich liebe dein Make-up. Selina, Selina... Boah, ich finde ein dichteres Pony besser. Was ist denn mit der Welt los, ey? Ich würde am besten mal gar keinen Pony sein, sondern einfach mal diese Person aus dem Internet vielleicht so ein bisschen haben. So, das wäre wahrscheinlich das Beste für diese Person zumindest. Wobei, dann hat sie keine Arbeit. Ich mühe euch wirklich bestmöglich zu unterhalten. Also schickt mir da gerne Vorschläge bei Instagram und Twitter oder hier in den Kommentaren. Jetzt geht es aber um den Winterschlussverkauf bei Aline Bachmann. Und sie hat mal wieder dort ihre Schuhe und Co. zum Verkauf gestellt. Und dann fällt einem doch auf, dass es dort auch schon mal einen Verkauf vor einigen Wochen gab. Da habe ich auch schon drüber berichtet. Und mir ist zu Ohren gekommen, dass es wohl auch Leute gab, die jetzt nicht unbedingt die Ware vielleicht erhalten haben könnten. Vielleicht kam das jetzt aber auch alles an. Dann ist das vergessen. Aber die Leute können ja unten sich auch melden und schreiben, ob die ihre Ware, die bestellt wurde, auch bekommen haben. Abgesehen davon, dass man natürlich auch gucken muss, wenn jetzt da irgendwie hochpreisige Neuware, die normalerweise von dieser einer mehrere hundert oder mehrere tausend Euro kosten kann. So ein Schuh kann gar nicht mal auch tausend, zweitausend Euro kosten von Louis Vuitton und Co. Dann ist das schon ein bisschen auffällig, wenn die Schuhe dann für 40, 50 oder 100 Euro verkauft werden, wenn die noch neuwertig sind. Ja, ob wir jetzt Fake-Klamotten, die sie da raushaut. Ich habe das zufälligerweise auch bewiesen. Aber das wird dann noch kommen später in einem Video. Die hat zum Beispiel... Schwarz im Hals. Die hat zum Beispiel so Louis Vuitton-Schuhe. Das sind so Hackenschuhe. Hatte sie von dieser Fake-Shop-Seite zugesandt bekommen, was sie dann promoten sollte. Und diese Schuhe von dieser Fake-Shop-Seite will sie verkaufen für 100 Euro und sagt, ja, das sind echte Louis Vuitton-Schuhe. Also so in der Art, ne. Und das sind halt keine echten Louis Vuitton-Schuhe. Und ja, sie promotet das aber so. Also es ist Käse, es ist absoluter Quatsch. Sie labert extrem viel Scheiße, verkauft das, als wäre das echtes Zeug, obwohl es offensichtlich nur Fake-Zeug sein kann. Das würde keiner machen. Und dann gab es natürlich auch wildeste Gerüchte. Ich nenne es jetzt mal Gerüchte. Ich bin mir relativ sicher, dass das jetzt kein... Das ist meine persönliche Meinung, dass das keine Originalware sein kann. Sollte es so sein, dann lasse ich mich auch gerne des Gegenteils überzeugen. Da gibt es auch Beweise. Pass auf, pass auf. Ich habe ja bereits schon ein Video dazu gemacht. Tatsächlich habe ich mein Video eher gemacht als Da Vinci hier. Das kam gerade eben erst raus. Aline Bachmann. Ich habe hier nämlich zufälligerweise so einen Ordner. Und da habe ich das einfach mal so ein bisschen entgegengestellt. Wait, habe ich das hier entgegengestellt? Ich glaube schon, ne. Also wie zum Beispiel hier. Hier sieht man, Aline Bachmann hat zum Beispiel eine MCM-Tasche. Erstmal dieses MCM. Ja gut, das kann mal gerade und ungrad sein. Aber guckt euch mal an, wie schmal das Karo aussieht. Und guckt euch mal an, wie eigentlich das originale Karo aussieht. Da sieht man ja schon, das hier ist deutlich breiter als das hier. Und das ist zum Beispiel ein Indiz dafür, dass es halt ein Fake ist. Und die sind übrigens alle gleich. Also die sehen genau gleich breit aus. Und bei denen hast du immer mal, das sieht nicht genau gleich aus, ne. Also hier sieht man ja obvious, dass es nicht genau gleich aussieht. Das ist immer mal hier eine Grate. Hier ist mal wieder Korfisch. Hier Korfisch. Hier Korfisch. Hier Korfisch. Hier wieder so irgendwie abgehackt. Und hier ist es ein und dasselbe Muster, genau. Und da kann man zum Beispiel erkennen, ja, die Tasche ist beispielsweise gefakt. Also die haben nur solche Karos drauf, ne. Das ist auch nicht genau die gleiche Tasche. Es gibt, by the way, nicht mal so eine Tasche. Ich habe bisher keine gesehen, die so aussah. Und da habe ich auch schon mit Google-Bildersucher alles Mögliche versucht. Also es ist Fake, ja. Die Tasche ist auf jeden Fall ein Fake. Genauso wie alles andere, was sie dann noch raushaut. Warte, was gab es noch? Wie zum Beispiel auch der Hut. Der Hut kostet von Prada 450 Euro Original. Der hat auch solche Rillen, ja. Hier hat er solche Rillen, solche Nähte. Und hier sieht man halt gar nichts. Das sind nicht eine Rille. Es kann auch sein, das ist halt wegen dem Filter, dass man es nicht sieht. Aber ansonsten, das sieht, also sie verkauft das für 30 Euro. Also 420 Euro weniger. Für einen Hut, der einfach nicht getragen wurde. Also GG an der Stelle. Das müsst ihr euch mal überlegen. Also das beispielsweise. Das heißt, die Sachen sind definitiv Fake. Jetzt habe ich schon vieles hier geleaktet in dem Video. Und ich weiß noch nicht, ob das Video, wir haben heute den 16.12. Ob das Video heute online kommt oder dann später. Weil meine ganzen Videos sind gelb. For real, ich denke, YouTube verarscht mich derzeit so ein bisschen. Habe ich so ein bisschen das Gefühl. Warte, ich kann euch das auch zeigen, wie unfassbar mies das gerade bei mir aussieht. Bei mir alle Videos gefühlt gelb. Und ja, ich finde, man sollte sich da auch teilweise einfach schämen. Warte, jetzt muss ich mal meinen Account wechseln. Wir sind kurz vor den 17.500 Abonnenten. Und das ist auch absolut krass. Und das muss ich auch sagen, es ist überheftig, wie der Kanal abgeht. Hier, ein Video wurde jetzt mal grün geschalten. Das habe ich hochgeladen im November, Mitte November. Und ansonsten alles gelb. Gelb, 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 gelb. Also das heißt, sieben Videos sind noch auf nicht gelistet, weil es gelb ist. Und die werden einfach nicht überprüft. Sonst würde hier auch schon dastehen, dass jemand angeguckt hat. Und die sind teilweise vom 10.12. Oder hier vom 9.12., also schon über sieben Tage her. Hier vom 5.12. sogar schon elf Tage her. Und die werden nicht überprüft, obwohl ich schon den Support angeschrieben habe. GG, also ich habe da wirklich kein Glück, was das angeht. Aber naja, egal. Wir werden dann sehen. Ich werde dann auf jeden Fall irgendwann die ganzen Videos hochladen. Und dann kommt zum Beispiel auch das TJ. Meine Antwort auf TJs Video kommt dann zum Beispiel auch online, die ich eigentlich schon längst hochladen wollte. Aber wie gesagt, wenn da YouTube mir einen Strich durch die Rechnung macht, ist das halt auch doof. Und da habe ich eine Stunde lang, habe ich da gequatscht. Eigentlich kann es nicht sein, dass so eine hochpreisige Ware dann zu so einem günstigen Preis dort angeboten werden kann. Und abgesehen davon, dass jetzt Instagram, TikTok und Co. jetzt auch kein eBay ist. Das macht ja jetzt auch Wendler mit seiner Laura Müller, dass die da alles verhökern, was nicht bei drei auf dem Baum ist. Na gut, man kann das machen. Man kann auch mal eine Verlosung machen. Man kann auch theoretisch mal Sachen anbieten, die man vielleicht aussortieren möchte. Vielleicht gefällt es da jemand anderem. Finde ich jetzt gar nicht so tragisch. Aber wenn es dann halt, wie gesagt, nicht hundertprozentig geklärt ist, ob das jetzt auch alles Originalware ist oder nicht, dann ist das halt auch mal ein bisschen schwierig, finde ich zumindest persönlich. Ihr könnt jetzt gerne mal unten reinschreiben, was ihr dazu sagt. Aber ich zeige euch jetzt mal den Clip. Und willkommen bei QVC und ihrer Moderatorin, Aline Bachmann. Wir haben mal hier diese Louis Vuitton-Schuhe, ungetragen. Ich habe übrigens, diese Schuhe habe ich gegoogelt. Ich habe nicht einen einzigen Schuh gesehen, der genauso aussieht. Also es gibt sechs solche Schuhe. Ich habe nicht einen gesehen, um das zu vergleichen. Größe 41 mit Absatz. Und die sind gefaked. Das ist, by the way, die hat diese Schuhe von dieser Fake-Shop-Seite bekommen. Das ist so geil, weil ich das jetzt mal... Die hat eine Kooperation... Die Kooperation wurde dann eigentlich abgesagt. Sie hat es trotzdem beworben. Sie hat diese Schuhe von der Fake-Seite bekommen, damit sie die bewerben soll. Und jetzt verkauft sie diese Schuhe, als wären es echte Louis Vuitton-Schuhe. Auch ungetragen. Auch in Größe 41. Das ist doch geil. Das ist doch ein Meme einfach. Dann habe ich hier noch die Schuhe. Auch ungetragen. Ich glaube, die kosten so 300 Euro. Größe 40. 2 bis 300 Euro. Das geht für... Dann habe ich eine Kombination. Also ihr müsst euch überlegen. Die sind alle ungetragen. Die sind relativ neuwertig. Und sie verkauft das für teilweise 1.500 Euro weniger. Also das müsst ihr euch mal überlegen. Gerade bei der Tasche. Das ist eine Prada-Tasche, die kostet 1.650 Euro neu. Sie verkauft die für 80 Euro. Für 80 Euro, Bruder. Niemals. Die Prada-Umhänge-Tasche. Und der Hut kostet 450. Mit Hut. Ja moin. Wahrscheinlich. Ein riesengroßes Paket von Heilig. Mit allen Wimpern. Mit zwei Klebern. Mit Zange. Gut, das kann sein. Das weiß ich nicht. Ich zeige euch gleich mal eine nächste. Was ich nur komisch finde. Bei dem Set. Also ich denke jetzt nicht, dass es Fake ist. Keine Ahnung. Es ist halt ein Beauty-Produkt. Hier steht zum Beispiel drin. Man bekommt sowas mit dazu. So eine Schere mit dazu und so. Und hier hat man irgendeine andere Schere. So wie so eine Doktorschere. Ja, das hat mich auch gewundert. Aber ist egal. Das kann schon echt sein. Vielleicht war es von einer Kooperation irgendwann mal. Und das will sie jetzt verkaufen. Weil sie es nicht braucht. Das ist eine Story. Mit Schere. Mit Pinzette. Und sechs Paar Blumpan. Das sind die magnetischen. Das ist das große XL-Paket. So, dann habe ich hier noch die Tasche. Die ist komplett neu. Die habe ich auch nicht gefunden. Noch nicht einmal benutzt. Ja, eigentlich einmal benutzt für 80 Euro. By the way, die Tasche hat man ja gerade eben schon mal analysiert. Die ist Fake. Die kostet original. So zumindest die Art von Tasche kostet 600 bis 700 Euro. Noch neu. Die ist neu. Und benutzt diese MCM-Tasche. Wahrscheinlich 500 Euro weniger oder 600. Tsch Tsch. Das ist ja Beverly Hills. Und genau, das ist ein Schmiedpaket mit Banana Beauty. Ist der lauter Make-up. Das ist ein Kooperationspaket. Da sind Produkte im Wert von bis zu 300 Euro drin. Nice. Und hier hast du wirklich alles. Pinsel, Pommel und Co. Mein Müsli. Idol of Sweden. Idol of Sweden. Power Bank. Banana Beauty. Ganz viele Produkte. Nails. My Secret. Das ist eine Scheiße, ey. Oh, Paletten. Bellavia. Venizia Buddy. Ja, ja. Ist egal. Scheiß drauf. Hier, das habe ich auch nicht gefunden. Das ist irgend so ein Armband von Louis Vuitton. Das kostet safe auch 400 Euro oder so. Habe ich auch nicht gefunden. Das sieht einfach nur hässlich aus. Das wäre es für Kinder. Das ist irgendwie so eine Scheiße. So Hanna Montana Zeug. Alter, stell ich vor Hanna Montana, ja. Ja, hässlich ohne Ende. Keine Ahnung, was das sein soll. Das kenne ich jetzt auch nicht. Echt habe ich auch mal geguckt. Echt habe Perücken kosten 180 Euro so eine Perücke. Sie verkauft es einfach für 250. Kann man machen. Ja gut, hier muss man auch sagen. Also, das hat Garantie. Ist ein iPhone 12 Pro und ist neu. Hat einen Neuwert von über 1000 Euro. Sie verkauft, obwohl es ganz neu ist, für 650 Euro. Da kann doch irgendwas nicht stimmen, oder? Einfach für die Hälfte anbieten. Da kann doch irgendwas nicht ganz stimmen. Ein unfassbares Angebot nach dem anderen. Also, wer da zur Weihnachtszeit nicht noch zuschlagen möchte und sich selbst ein paar wunderschöne Designerschuhe, zumindest vermeintliche Designerschuhe, gönnen möchte, der ist selber schuld. Gerade auch für so einen Preis von 40 oder auch 100, 200 Euro. Das ist ja wirklich ein Schnäppchen, wenn es ein Originalware wäre. Oh Gott, mir wird ganz schlecht. Aber nun gut. Also, seien wir jetzt mal ganz ehrlich. Das wirkt nun äußerst dubios und komisch. Und ich weiß auch nicht mehr, was man dazu noch sagen soll. Es wirkt wirklich so, als würde da irgendwie alles jetzt momentan zu Geld gemacht werden. Ich kann mir vorstellen, sie hat sich das nicht eingekauft, sondern sie hat halt diese Produkte, solche Fake-Produkte durch Kooperation bekommen und will die halt jetzt verscherbeln, damit sie halt ein bisschen Geld macht. Aber wie billig sie das verscherbelt und so und das dann alles echt verkauft. Das ist halt cringe. By the way, wenn du das kommerziell machst, also wenn du das jetzt wirklich gewerblich machst und mit dem Nutzen machst, dass du da viel Geld rausbekommst, bist du bewusst, dann kann das auch mit einer Freiheitsstrafe, by the way, enden. Ja, ich habe mir mal ein bisschen kundig gemacht, du darfst halt nicht Fake-Produkte verkaufen. Das ist in Deutschland illegal. Also Markenfälschung ist ja generell illegal. Du darfst, also was nicht illegal ist, ist, wenn du als Käufer dir jetzt zum Beispiel so ein Produkt kaufst, was jetzt nicht ganz so teuer ist, also für 500 Euro, 400 Euro, kaufst du dir was oder für 200 Euro kaufst du dir was, dann kannst du eigentlich nicht belangt werden, sondern derjenige, der es verkauft, wird belangt eher. Große Überraschungen darbieten an dem Tag, wo ich jetzt das Video aufgenommen habe, habe ich die ganze Zeit auch darauf gewartet, dass jetzt diese Überraschung kommt. Da kam nichts, von daher sollte jetzt noch eine große Überraschung kommen sein, dann ergänzt das gerne unten in den Kommentaren. Ich habe jetzt leider Gottes nichts mehr von ihr gehört zu dem Punkt und sie hat dann irgendwie nur ein sehr komisches Video hochgeladen, wo sie dann sich vollgestopft hat mit so Nutella-Snacks und ja, ich weiß jetzt nicht, was da jetzt so ultra komisch sein soll, aber das scheint irgendwie auf TikTok momentan der Renner zu sein. Ich weiß auch nicht. Irgendwie bin ich da entweder zu alt für oder generell irgendwie komme ich manchmal vor, als wäre ich uns irgendwie ausgesetzt für in der Welt. Ey, ohne Scheiß, ich finde es ja geil, da bietet halt auch Content und so und auch das, was er raushaut, das ist ja auch gut. Ich war ja jedes Mal Simplicissimus, wenn ich im Hintergedanken habe, dass es jetzt der neue Simplicissimus ist, dann muss ich sagen, das stimmt. Simplicissimus ist ein Scheiß dagegen. Aber abonniert da, wenn ich die Leute, ganz, ganz wichtig. Gut, ich bin jetzt gerade eben hier auf dem zweiten Kanal, da ist das jetzt gerade ein bisschen schwierig, weil da gucke ich halt nicht drauf, das wäre wie so ein toter Abonnent. Aber für mein, wenn ich darauf reagiere und so und wenn die Themen da ansprechend sind, bin ich auf jeden Fall am Start. Ich habe da nicht immer ein Visier. Ja, aber ja, Augen. Augen, Bruder. Irgendwie nicht so recht versteht, warum gewisse Dinge so einen Erfolg haben. Also ich bin wirklich ein Mensch, der gar nicht lacht und auch verstehen kann, wenn man jemanden lustig findet und der ein gewisses Talent hat und der damit dann wirklich auch viele zum Lachen bringt und auch, ja, unterhält damit. Wo ich überhaupt kein Problem, auch TikTok meinetwegen, da sollen die Leute dann ihr Geld machen mit oder erfolgreich werden. Aber was da teilweise für Leute mehrere hunderttausend Follower haben, wo ich mich echt frage, das kann doch nicht wahr sein. Da hat er recht. Das ist ja unfassbar. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Vielleicht habt ihr auch Bock, dass ich da so ein paar TikTok-Leute mal zum Thema mache. Könnt ihr gerne unten auch in den Kommentaren mal ergänzen. Ich habe auch einige Sachen zugeschickt. Das war mir dann auch alles relativ schnell zu anstrengend vom Niveau her. Das will schon was heißen. Also ich bin mit YouTube und Influencern. Ja, vom Niveau ist auch nicht gerade. Aber man kann sagen, was man will. YouTube ist noch das höchste Niveau von allen anderen Plattformen, denke ich mal. Ich habe hier Dreck auf dem Tisch. Ja, jetzt geht es weg. YouTube ist noch mit das Niveauvollste. Wenn du dir Facebook anguckst, voll viele Rechte, voll Idiot. Das muss man auch sagen. Twitter, komplett toxisch. Das ist eher so links, aber so dieses extrem krass Übertriebene teilweise. Und da ist es voll toxisch. Gut, Snapchat nutzt eh keiner. Wobei, ich nutze manchmal Snapchat, aber eher selten. Und was gibt es noch? Telegram nutze ich erst mal gar nicht. Was gibt es noch? Ja, TikTok sowieso absolut cringe, dass YouTube wirklich noch am Niveauvollsten ist. Das muss man einfach mal so sagen. Also wir sind Team YouTube. Ja, und Twitch. Ja, Twitch ist auch sehr Niveauvoll. Das muss man schon sagen. Also Twitch ist wahrscheinlich so die erwachsenste Plattform, die normalste. Ja, auf Universitätslevel hier. Aber es ist trotzdem schon echt nochmal eine andere Schippe, was da auf TikTok abgeht. Aber ihr könnt es gerne unten ergänzen, gerne unten reinschreiben. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr ein paar Vorschläge macht. Ansonsten sehen wir uns dann morgen wieder. Ich würde mich auch sehr freuen, wenn ihr noch ein Abo da lasst. Wir sind jetzt wirklich auf dem Weg zu den 23.000. Ich würde mich freuen, wenn wir das vielleicht noch zur Weihnachtszeit oder zum neuen Jahr dann spätestens. Sehr nice. Ja, sehr, sehr nice. Pass mal auf. Ich aktualisiere jetzt mal. Herzlich willkommen beim... Ähm, erstmal nice Video. Gut, dass du hier die Leute auf dem Laufenden hältst. Hier, es gibt jetzt ein Abo. Ich habe jetzt in letzter Zeit so oft Videos auch von DaVinci angeguckt und es gibt jetzt ein Abo auch von mir. Kuss geht raus. Vielen Dank auch für die Bereitstellung dieses Contents. Liebe und Dankeschön auch natürlich an meine Community, dass ihr hier so krass für mich da seid. Ja, dass ihr hier so supportet. Ich meine, ohne den Support, so auch auf diesem Kanal, Realtalk, ihr unterstützt mich auf diesem Kanal auch extrem, wenn ihr hier aktiv zuschaut. Hätte ich mir zum Beispiel jetzt im Hintergrund diese Leuchtpanee nicht geholt. Alter, was ist das mit der... Ich kann hier übel viele Effekte einstellen. Wirklich, da gibt es tausende Effekte. Das ist geisteskrank. Ähm, ja, einfach nur, damit es halt im Hintergrund ein bisschen was abgeht. Damit es vielleicht ein bisschen nicer aussieht. Also, falls es euch gefällt, schreibt das gerne in die Kommentare, wie ihr das Ding findet da hinten. Und ja, damit würde ich sagen, vielen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ihr seid absolut, äh, absolut süß und absolut nice. Wie gesagt, schreibt gerne 58 in die Kommentare. Ich glaube, es war 58, ne? In die Kommentare. Und, äh, ja. Dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Und wie heißt es so schön? Stechen an, Zwingchen. Euer Alpha Kevin und Ciao, meine lieben Freunde. Yeah!